Dass wir zu Hause bleiben und immer noch Abstand halten, ist nach wie vor wichtig. Und wir können noch mehr tun. Wir können alle helfen. Unterstützt doch einfach euren Nachbarn, wenn der gerade nicht selber einkaufen gehen kann. Unterstützt einfach eure lokalen Geschäfte. Holt eure Brötchen morgens beim Bäcker nebenan einer Ecke. Holt Gutscheine oder auch To-Go-Bestellungen bei eurem Lieblingsrestaurant. So können wir die Betriebe unterstützen. Wenn ihr helfen wollt, dann geht auf unsere Website. www.prosieben.de slash Corona-Hilfe Hier könnt ihr euch völlig unkompliziert Hilfsorganisationen in Verbindung setzen. Es lohnt sich. Jeder kann was tun, jeder kann helfen.